Wir haben die Einheit bei den Botanischen Gärten verloren. Gut, jetzt muss ich mal kurz, weil ich sieben Punkte, alter, was ist denn hier, versteck dir das Batmobile um Verfolgungsmodus zu verständlichen einzelnen Drohnen zu ermöglichen, was nehme ich denn? Vielleicht nehme ich das hier? Boah, das habe ich denn 100%? Was soll ich denn nehmen? Oder das hier? Dank eines verbesserten Auswurfsystems wird die Reichweite des Schleudersitzes erhöht. Halt die Taste für einen Schleudersitz gedrückt, um aufzuladen und... Aha, oder lieber machen wir das. Machen wir das mal. Bei anderen sagen, da konnte ich ja nichts freischalten irgendwie. Ich verstehe gar nicht. Oh, was waren die Neuerungen? Kann natürlich auch sein, jetzt habe ich beim Batmobile so viele Neuerungen. So, wir müssen weiter, genau. Wir dürfen uns jetzt nicht beirren lassen. Wir müssen jetzt nicht weiter. Auf Seite, auf Seite, auf Seite, auf Seite. Huch, ich mache aber auch immer alles kaputt, ne? Ist mir das schon mal aufgefallen? Hallo, gehen wir denn wieder da? Jetzt müssen wir wieder so einen Weg finden, oder was? Willkommen im Rezeptorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube sie zu sehen. Löse mein Rätsel. Löse mein Rätsel. Löse mein Rätsel. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Viel Glück. Hä? Nein, Batman. Du liegst weiter neben. Weiter neben. Ja, ein einfacher von Rittler erbauter Druckschalter, der, den er dazu nutzt, seine Maschinen und Rätsel zu steuern. Hä? Was? Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das Einzige, was jetzt das Problem ist. Nein! Genau. Was ist das? Mach das mal weg hier. Stört mich jetzt gerade nur. Ähm, das hätten wir. Nein! Da sollten Fragezeichen raus entstehen. Oder? Das Problem ist, da dreht sich ja immer alles irgendwie gleichzeitig so doof. Hä? Woher weiß ich denn? Welches verfickte... Warte mal, ich tippe nochmal kurz an. Ne, das ist ja komplett egal. Boah, ey. Dreht sich denn? Warte mal. Okay, es dreht sich immer nur. Das jetzt, okay. Aber in welcher... So. Dann ist der äußere... Ist das hier. Warum?! So. Und nun? Okay, warte mal. Der Punkt. Der Punkt fehlt noch. Ich weiß halt nicht, wo der Punkt... Wo ist denn der Punkt? Weil das haben wir ja. Welche Frage kann nur bei der grundlegenden Reflexion gefragt werden? Hä? Ja, aber... Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warte mal. Ja... Ja... In welchem... Wie soll's denn... So? Bestimmt, ne? Scheiße. Das heißt... So... Jetzt das mittlere... So... Hä? Hä? Ich... Ich... Ich hab doch jetzt... Ich hab doch jetzt das... 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 Hä? So... Wollt ihr mich verappeln? Ich hab's doch jetzt gelöst, oder nicht? Welche Frage kann nur bei grundlegenden... Blablabla... Blablabla... Ne... Ich hab... Da ist doch der grüne Punkt. Und... Ich hab's doch jetzt gelöst... Ein... Einfahrer von... Riddler... Durchhalte... Der nutzt er seine Maschine und Riddler zu steuern. Ja, hab ich doch gemacht! Oder andersrum... So... Machen wir dann mal andersrum... Ich weiß, was du da tust. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Hoffst, dass ich wahnsinnig werde, während du dich bei dem Rätsel anstrengst. Ha! Ich stelle es auf einfach! Du musst jetzt nur noch am richtigen Ort stehen... Und scannen! Und scannen! Oh nein, 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 nein! Du glaubst, ich lasse locker nur, weil du Unfähigkeit vorgibst! Selbst du bist nicht so tot! So! Das war's! Waaat? Hab ich's richtig gehabt? Auf von die andere Seite? Oh, schön dich zu sehen. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. Dich fängt doch sonst niemand. War's ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düstere Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Ich glaub, da muss ich durch die Tür durch, oder? Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Okay, jetzt müssen wir wieder gucken. Mal antippen. Okay, noch ist, glaub ich, nichts passiert. Was? Da ist nichts passiert, also müssen wir irgendwo übersehen haben. Gucken. Enthält einen Schlüssel für das Explosiv-Halsband des Riddlers. Okay. Wir müssen aber erstmal... Oh, großartig. Noch mehr fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman! Catwoman! Catwoman! Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Was? Ach du Scheiße. 1. 3. 5. 1, 3, 5. 2. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5. Und du? Und du? Dasselbe! 5. 3, 5, 3, 5. Vielen Dank. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Nochmal. Also. Eins. Drei. Fünf. Zwei. Vier. Gut. Gehen wir mal kurz rüber. Okay, sehe ich was anderes. Drei. Eins. Vier. Fünf. Zwei. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Eins. Drei. Fünf. Zwei. Zwei. Okay. Sie dran. Sie hat eine Drei. Drei. Eins. Eins. Ihr werdet nicht entbezeln, sondern ihr die Dinge nicht mit den Augen des anderen Sehens. Des anderen Sehens. Ah, warte mal. Ich sehe das zwar, aber was ist? Gut, die leuchten jetzt die ganze Zeit. Ich könnte es aber immer wieder machen. Was ist, wenn ich ihren Code machen muss? Drei. Drei. Eins. Vier. Fünf. Okay. Eins. Drei. Fünf. Zwei. Vier. Ich kann kaum die unglaubliche Freude beschreiben. Dich über die einfachsten Ratespiele verzei...